Wie? 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 Ui! Berlin! Hey! Konstantin, wo laufen wir jetzt hin? Hallo! Hallo! Auf dem hohen Eben! Anni, warum ist also in meiner Nase? Servus! 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 Krissi, wie sieht die schöne Aussicht? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? makerl Das ist ein Grunde zu tun, Das ist ein Grunde zu tun. Ich bin bei mir zum Beispiel, Ich bin mit einem einen Einwohner und das touristische Zentrum des Nationalparks. Wie ist es? Die Autos sind meist Monate im Voraus zahlreich. 2000 Mal am Tag kommt das Empire State Building aus dem 100 Kilometer entfernten Williams. Der stinkt ja bis hierhin. Ihr willst uns doch beim Luckel filmen. Es gab nur einen Sperrungssystem. Chrissy, sag mal was zu der Kamera. Scheiss. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da hinten laufen wir lang. Genau da. Da geht es jetzt hoch. Donas, da geht es hoch. Das ist genauso schlimm wie der Tochter. Das ist ja alles der nahe der Kante. Können wir da auch mal runterlutschen? Ja. Lussi, da ist der See. Warte, warte, warte. Weiter rechts, Lussi. Da wohnen wir. Da gibt es gar kein Tuch. Und hier sind wir. Lussi? Wir haben es geschafft. Wie hoch sind wir dann? 17.000. 2170, glaube ich. Eieieiei. Oder? Ja. 2170. Okay. Jetzt gehen wir wieder. Nob. Und mal nicht aufgekommen sein. Ja. Mal queren einmal, Chef. Die Hütte da, da gehen wir jetzt hin. Da wird erstmal fett gefressen. Und, Santi, da wird gleich gegessen, bis wir platzen. Ich habe nicht mehr genug Geld. Echt? Wieso? Wie viel hast du denn schon ausgegeben? Ich hatte nur 40 Euro. 40 Euro? Und wie viel hast du denn da? Ähm, 5 Euro. Das ist nicht so gut. Wow. Schmeckt das? Geil. Alter. Schmeckt das? Julian Schreimer. Nein. Bitte. Nein. Für Youtube. Ich soll erst mal nicht wiedersehen. Ah! Joschi, wo sind wir dann? Ich würde dir mal schwer behaupten, dass wir in Österreich sind. Ne, wie kommst du da drauf? Was hast du heute an dem Tag noch mitgenommen, was schön ist? Äh, viele Erfahrungen und viele Beinschmerzen. Mhm. Und du so? Mhm. Komm doch mal. So, zurück zur Frage. Ja, was du mitgenommen hast vor diesem schönen Tag. Also eine Kuh für Check gegeben, das war schon echt geil. Ja, bei mir ist sie weg gelaufen. Hier nochmal einen kleinen Rückblick. Das war der Rückblick. Das ist auch noch ein Rückblick-Video dazu. Ja, natürlich. Der Tom, der fällt hier heute ein bisschen. Ja, der Tom. Wenn der Tom fragen, wo ist... Wo sind wir denn Tom? Wo sind wir denn Tom? Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Immer mal ein Best auf Tom. Prost. Tom, wo sind wir denn gerade? Äh. Auf dem Weg zum... Halbauer. Nein. Ja. Klickst du da durch? Da hast du Freibach gesehen. Da hast du was drauf. Tom. Tom. Jo. Schmeckt's Tom? Tom. Tom, wir haben ein Stück zu laufen, oder? Tom. Oder Tom. Tom. Tom hat's geschmeckt. Tom. Tom. Tom ist auch dabei. Nein. Tom. Hier oben, das sehen wir. Ziegen, die haben scheppe Beine. Die stehen auch der ganze Armhagen. Hier sind Bergziehe. Ja. Und wenn die nicht so gar nicht gucken geht, dann wäre das hier auch ganz schön. Ja. Jetzt geht's hier scheppe runter. Welcher Idiot fährt denn heute noch mit dem Bus? Die Wolke auch irgendwie so ein bisschen. So noch links. Wir müssen jetzt hier weg. Wie fahren Sie denn diesen Trip? Boah. Na schön. Und du? Alle auch sehr schick. Ja. Ja. Ich bin aber auch froh, wenn wir jetzt gleich wieder auf Dritt sind. Ich auch. Legt man sich direkt erstmal ins Bett. So wie ich stehe ein Geheimnis ins Bett legen, später nackt und schlafen. Doch, das geht. Okay. Leg ich mich bei dir ins Bett. Okay. 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 Krass. Da oben waren wir. Jetzt sind wir hier. Chris. Wir sind hier. Schotter. Ich kann dir nicht schreiben, ey. Okay. So. Soll ich mal einen Timitarn machen? Gude. Gude. Was für Spasten. Gude. Ja, 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 ja. Geht der 1. 21. 21 geboten. 21 angeblich. 22. 22 geboten. 22 zum 1. 22 zum 2. 22 zum 2. 22 zum... Dritten. Dritten. Ja. 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 Du weißt du, was es schlimmer war? Ich hab den Typ bei der Nummer 30. Neue Chance auf ein. Das kostet mich. 2 Euro. 8 Euro. 8 Euro. Wie viel? 18. 10. 10 sind geboten. 15. 20. 21. 25. 22. 22. Wieder eine mehr. 25. 25 sind geboten. 25 zum 1. 30 sind geboten. 30 zum 1. 31. 31. 31. 31. 31. 31 zum ersten. 35. 35. Alter! Hast du dir jungen Jungen erklärt? 35 geboten. 35 zum ersten. 35 zum zweiten. 35 zum dritten. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, dass die Jungen hat der Scheiß-Resort. Und zwar geht es um eine Freikarte für den Skyline-Part. 25! Oh Mann ey! 25 sind geboten. 30! Jawohl! 26 zum ersten. Ich hab 30 gesagt. 30 gesagt. 31. 31 zum ersten. 31 zum zweiten. 31 zum dritten. 30! 15 geboten! 10! 25! 26! 26! 26 sind geboten! 27! 28! 29! 30! 22 zum ersten. 29 zum zweiten. 30! 30 sind geboten! 30 zum 1., 30 zum 2., 30 zum 4., 25, 26, 27, 28, 28 sind geboten, 28 sind geboten, 38 sind geboten, 30 sind geboten, 30 sind geboten, 31. 31 sind geboten. 31 zum ersten. Was? Warum bist du lustig? 31 zum dritten. Ja klar. Ein Sportschirt. Ich hab's kurz gedacht. Jawoll! So, Pille. Neun sind geboten. Ich. 20 sind geboten. 22 sind geboten. 25 sind geboten. Wo waren 25? 32 Euro zum Kindesgebote. 20! 30 sind geboten. Wir haben uns zusammengetan, wir drei. Okay. Wer ist die Strategie? Wir können jetzt hunderten machen. 30 sind geboten. Nein, zu viel. 40. Hat jemand mit 30 überhaupt überboten? 40 sind geboten. 40 sind geboten. 40 zum ersten. 40 zum zweiten. 40 zum zweiten. 40 zum... Wer hat das denn jetzt? Wer hat sich denn zusammengetan? Wer hat sich denn zusammengetan? 50 mit dem? 50,000? 40 sind geboten 40. 40. 41,000? 42,000? 44,000? 42,000?